Ein Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Dreitürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 101.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 1999. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sportsitze, Sportfahrwerk, Schiebedach, elektrische Fensterheber, elektrische Seitenspiegel, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 131 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017